weiter geht's so du bist gestorben 0 prozent leben deine quest endet bei ebene 3 plus 2 gold ach jetzt gibt es noch punkte plus null weil ich keine drachen besiegt habe drachen auch noch ach ja ja stimmt spiel heißt ja irgendwas mit drachen sieben drachen abenteuer punkte 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 insgesamt ja 306 punkte immerhin alkorosch erzielte 306 punkte und schafft es als tunnelgräber leider nicht in die humushalle der zwerge 375 punkte brauche ich da tunnelgräber steinmetz schatzsucher schmied und langbart ein langbart das wäre doch eine sehr schöne und vor allen dingen standesgemäße bezeichnung für mich na gut ich würde sagen der gute alkorosch probiert einfach nochmal so würde mir das denn was bringen wenn ich hier mit so einem amulett anfangen habe ich aber überhaupt keine promille meine promille kriegt man ja relativ schnell zusammen wahrscheinlich ich weiß es nicht oder hier mit dem zwergginn ist auch super zechpreller hat direkt zwergginn mit dabei von den wohl her hat ob der bezahlt ist warum hatten wir als zechpreller kein gold das verstehe ich nicht na gut ich mache noch mal jede mit dem krieger wegen diese zufallskämpfe sind ja schon ja weiß ich nicht wenn doch der 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 zwergen der orkboss so so stark ist wieso kommt der dann schon auf ebene drei plötzlich ist das so gewollt wie ist das wenn ich flüchte kriege ich dann mehr leben abgezogen oder bin ich dann einfach geflüchtet ich würde sagen ich probiere es erstmal hier so ein bisschen und laufe mal hier lustig durch die gänge so da ist schon das ende aber ich will erstmal den den dungeon erforschen weil alles andere bringt mir nichts ich brauche ja djinn und punkte und ähnliches oh die böse fee gibt auch eine gute fee diese blöde fee ich erfülle dir zwölf mal minus leben ich halte das sonst nicht aus blöde fee eine umdrehtaste wäre cool so weiter geht ein goldschatz drei gold hervorragend hervorragend da wollen wir doch mal sehen was ist das ein ork greift an da kämpfe ich natürlich los hauen aufs maul 14 prozent leben verloren mist hallo schleimi ultima mit andreas dem zwerg nein es ist gold quest 6 ich schicke nochmal den link in den chat hier da könnt ihr das spiel runterladen bzw digital oder digital talk 111 und da ist es drauf naja gucken wir mal hier sind noch zwei fragezeichen du stolperst über geröll minus acht prozent und na toll ohohohohoho da weitermachen bei wendo einkaufen ich kann mir sogar hier zwei sachen leisten ich bin ja begeistert targars schutzzauber was immer der mir bringt es gibt leider keine ausführliche anleitung zumindest habe ich keine gefunden ich hatte das auf der ich glaube im 64 wiki gesehen ich habe aber dann ziemlich schnell gemerkt dass da ziemlich viel gespoilert wird und dann so mit tipps für spiel und so das wollte ich mir alles nicht durch durchlesen oder jamets glasmurmeln die sind billiger dann nehme ich doch das teure ein schutzzauber klingt auch besonders gut wobei ein zauber natürlich bei zwergen äußerst unbeliebt sein dürfte ein zauber ist nicht zu trauen andererseits eine glasmurmel ist auch nicht besonders toll targa schützt verfallen im level die murmel helfen einen kampf zu umgehen aha dann nehme ich doch die murmel ein kampf umgehen das klingt nach einer guten idee falls mir dieser orkräutling wieder plötzlich gegenüber steht ich kaufe die murmel ach man kann auch nur eine sache kaufen anscheinend okay gut zu wissen so da geht es um die ecke und dann komme ich wieder zurück zum ein ausgang ich habe nicht gemerkt wo der ausgang ist doch da einfach geradeaus glaube ich oder nicht doch da oben hier da komme ich an die eine seite gar nicht ran oder doch na diese automatisch nicht so ganz ich verstehe allerdings auch nicht warum ich nur 37 prozent leben habe das ist natürlich nicht so gut so kriege ich niemals genug punkte ich brauche noch mehr punkte so ich habe die glasmurmel nächste ebene oder wirtshaus wenn ich im wirtshaus was esse dann kriege ich doch bestimmt leben wieder oder ich glaube ich gehe ins wirtshaus und würde einmal zwergenpoker spielen ich weiß nämlich nicht wie viel essen kostet so zwergenpoker karo fünf da setzt sich aber nur ein gold blödes schmännrich na gut ich setze mich an den tisch speisen ah das gibt sogar hier mit ah das ist ja gut für null gold es gibt was umsonst wenn es was umsonst gibt da bin ich auch immer dabei troll ein top frittierte feenflügel oder orkische hammelkeule ja gut ich bin sehr sehr geschwächt mit 36 prozent da würde ich tatsächlich das gold ausgeben wollen du zahlst ein gold und lässt es dir schmecken leben 71 prozent promille blablabla du steigst hinab in ebene 2 ach dann steigt man auch automatisch hinab ok ja gut dann geht es mal weiter würde ich sagen aber vorher gucke ich mal eben in den chat rein und trinkt noch einen schluck aus meinem hörnchen der wird spendiert auch mal was ja genau hobbits ist essen wichtig die geizen dann nicht ich habe gar nicht gelesen wie das wirtshaus hieß fällt mir ein das heißt ja glaube ich immer anders zumindest bei meinem ersten test spiel hat es anders geheißen ich brauche auf jeden fall wieder mehr gold und ich hoffe dass ich nicht wieder in so eine fallgrube reinfalle oder ist der ausgang da gehe ich dann zum schluss hin na toll stolperst über geröll minus acht prozent oh weia sehr gut plus 20 prozent plus 0,2 vielleicht köstlich ertranken ja gut so gut war der mäd jetzt auch nicht bei 0,2 oh gott die blöde fee nein die gute fee es ist die gute fee ich erfülle dir 14 mal plus lehm plus promille plus gold ich weiß nicht ich glaube ich nehme gold gold habe ich immer so wenig finde ich glaube gold ist eine gute sache aber wieso die fee könnte ja ruhig lächeln finde ich oder gibt es noch eine bessere fee als die fee das ist ja nur die fee na gut 14 mal gold finde ich gut so mache ich immer her damit flüssig metall schleim promille prost so aha org greift an ja gut da kämpfe ich kämpfe mutig obwohl ich glaube trotz meinem plus 5 schwert was macht man denn wenn man wenn man irgendwie nicht als krieger startet dann hat man ja überhaupt keine waffe da hat man ja gar keine chance org zieht weiter boah nur noch ein 60 prozent der nächste mir wurde schon verraten dass der kampf sehr undurchsichtig ist was da im hintergrund gewürfelt ist und ich glaube das ist auch so je mehr promille man hat desto mehr chancen hat man ich glaube mit unter einem promille sollte man gar nicht erst anfangen wie das hier aussieht boah drei orks was ist das denn das ist aber jetzt ein bisschen blöd ganz ehrlich ich fliehe jetzt mal was passiert denn dann minus sieben prozent leben ok bin ich jetzt den schritt vorwärts geflohen oder rückwärts ich bin nicht sicher ich weiß nur da sind schon wieder zwei fragezeichen ach die orks bleiben da stehen jetzt verstehe ich das moment dann fliege ich jetzt nochmal minus vier prozent jetzt stehe ich auf einmal da ich blicke es nicht so richtig das da hinten werden dann die orks sein das heißt die orks bleiben anscheinend im level stehen ein wächter ja ich kann mit dem trinken das habe ich ja letztes mal auch gemacht da steht ja stopp auf dem schild das sehe ich ja jetzt erst bekommt man erfahrung für besiegte feinde ne ich glaube nicht ich bin mir nicht sicher ich trinke mal ork Bier der wächter schläft ein ich halte fünf prozent leben und ein promille das gut ist in dem fall ich hatte so wenig so gehen wir mal weiter hier da abenteuerpunkte gibt es und die gibt es aber für alles mögliche bisherige punkte lebensbonus und abschnittspunkte ach ich habe überhaupt kein leben mehr ich muss mir unbedingt jetzt für meine 14 gold irgendwas kaufen das mein leben wieder hochbringt ich habe immer noch die glasmurmeln wirtshaus aufsuchen das mache ich so wirtshaus zum geschlachteten ork das nenne ich doch mal eine gute einen guten titel für ein wirtshaus gnome ein zwielichtiger gnome winkt dich von seinem tisch an der ecke zu sich in den gängen hat fulgor magische runen versteckt finde alle sechs und nenne mir die zeichen bei unserer nächsten zusammenkunft ich werde dich angemessen entlohnen da muss ich aber auch jeden dungeon ablaufen sind denn dann die die runen wohl auch in ebene 1 oben oder sind die dann ab jetzt der nächsten ebene ich weiß gar nicht ob man überhaupt eine ebene zurück kann da muss ich aber auf jeden fall die kompletten ebenen durchlaufen und alles durchsuchen aber das habe ich ja sowieso vor ich habe mir extra so einen notizzettel hingelegt und da könnte ich mir ja die sechs runen nennen wenn sich das spiel nicht automatisch merkt ich weiß es nicht oder schmendrig trinken sollte man nur wenn man nicht mehr als 2,5 promille hat sonst nockt man sich aus aha umsaufen oder umhauen ist egal ja feinde besiegen oder ausschalten gibt punkte die runen sind nur in ebene 3 4 jeweils drei stück zurück kann man nicht fallgruben sind also scheiße wenn man die runen alle sechs finden will ja gut das problem was ich da so ein bisschen mit der ganzen spielmechanik habe ist dass man vorher nicht weiß was da passiert und auch keine chance hat da irgendwie ja drum rum zu kommen wenn ich den auftrag jetzt annehme ich weiß ja nicht was der gnome mit mir anstellt wenn ich das nicht schaffe aber ich nehme es jetzt trotzdem an ich werde es ja dann sehen was er mit mir anstellt aber stimmt fallgruben sind dann schon ganz schön doof ja die richtig hohen scores schafft man nur mit erfahrung und taktik aha also ich nehme den auftrag an sehr gut ich erwarte dich am ende von ebene 4 na sehr gut so ich gehe erstmal zum händler weil ich jetzt 14 gold habe das erste mal dass ich so viel habe oh ich kann mir schmendrix amulett kaufen was immer mir das bringen sollte oder die feen klatsche die feen klatsche wäre auch so ein ding dass ich da die feen klatsche aber dann könnte ich mir die handachs nicht mehr kaufen und die handachs hat mehr als mein mein jetziges schwert aha ja ist schwierig vor allen dingen weil ich überhaupt nicht weiß was schmendrix amulett denn wohl macht hm das wird mir wahrscheinlich vorteile beim glücksspiel geben das könnte ich mir gut vorstellen aber ich hole mir jetzt die feen klatsche oder doch lieber die handachs nein ich hole mir die handachs handachs plus 6 bessere waffen ist immer besser du kaufst die handachs sehr gut so und für die restlichen 3 gold würde ich jetzt erstmal zwergenpoker spielen zumindest einmal oh herz 7 da setze ich aber direkt mal 2 gold na gut für mein letztes gold esse ich esse ich noch was na das war ja klar jetzt auf einmal kosten die frittierten feenvügel gold vorhin war es noch umsonst blöder wird na gut ja gut ich hätte mir jetzt die hammelkeule hier leisten können hätte ich nicht mein geld blöderweise gesetzt beim spielen aber frittierte feenflügel klingt ok 56% das ist aber nicht so gut je tiefer man kommt desto teurer werden die hobbitwirte ok ja es wäre schön dass man auch wenn man tiefer kommt mal mehr gold findet nur mal so 20% plus 0,2 das mache ich auf jeden fall welch köstlicher trank ok oh nein ich habe kein gold ach man vendor ein nunchaku plus 7 ach hätte ich doch gewartet gut ich merke schon im dungeon sind auf jeden fall die händler die da auftauchen um einiges günstiger als in den in den wirtshäusern ja gut ich kann mir ja eigentlich gar nichts kaufen also ziehen wir mal weiter oh ich bin versehentlich ok so na du stolperst über geröll ein wichtel oh ein wichtel tausche gold gegen leben die hälfte alles oder ein kampf wieso soll ich denn jetzt gegen den wichtel kämpfen der haut mich doch dann dann habe ich doch leben verloren der hat doch nur leben oder hat der dann gold dabei ich bin mir auch nicht sicher gegen so ein wichtel kämpfen wichtel sind ja generell ähm unscheinbare kreaturen aber die haben es wahrscheinlich faustig hinter den ohren ich glaube ich sollte das lieber nicht machen ich glaube äh ich nehme einfach die hälfte von null und dann ist gut du hast kein gold ach tschüss oh jetzt habe ich gold wichtel kommt zurück na gut da ist noch was oh ein orc champ äh wie kann ich denn jetzt die murmel benutzen das geht ja jetzt gar nicht oder das kann ich ja wahrscheinlich nur machen wenn ich jetzt weiß dass da dieser orc champ steht na gut ich fliehe jetzt mal jetzt muss ich oben auf der karte gucken wo ich denn hinfliehe 13% leben wow krass ok jetzt bin ich da oben auf einmal krass 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 und da ist der orc boss ah ihih kann ich jetzt drücken ne kann ich nicht murmel musst du vor dem kampf aktivieren und beim nächsten gegner kämpfen wählen Ach so, wäre es nicht viel besser, wenn ich die jetzt hier auswählen könnte, das finde ich aber besser. Aber es ist ja kein Ponyhof hier im Dungeon, es ist ja kein Wunschkonzert. I geht nur beim Rumlaufen, genau. Wäre hier gut gewesen, wenn ich das vorher aktiviert hätte, ja, na gut, ich fliehe jetzt. Leben minus 15%, wo fliehe ich denn hin? Ja, ich fliehe einen Schritt nach vorne. Nun gut, ich weiß ja jetzt wo er ist. An der Wand siehst du Rune 2, ein A, okay, das schreibe ich mir auf. Ach, hier muss ja jetzt auch alles ablaufen. Ja, das ist hier auf jeden Fall nicht der Alke. Oh, es ist Gold. Gold finde ich gut. Was ist da? Ach herrje, ein Troll greift sich an. Ein Troll, ein Troll mit so einer großen Keule. Ich habe noch 16% Dings. Trink was aus deinem Rucksack. Ich habe nichts im Rucksack. Was soll ich denn da trinken? Ich habe alles sofort gedruckt, was ich gefunden habe. 14% Leben. Da, ich habe nur die blöden Glasmurmeln. Ich benutze die jetzt einfach mal und dann bin ich tot, weil ich ja kein Leben mehr hatte. Also es ist schon eine ziemliche Zufallsschlacht muss ich sagen. Das ist ja ein wenig schade. Aber es macht Spaß. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch eine Runde machen. Wieder als Kämpfer. Mir scheint Kämpfer ist eine gute Wahl. Andererseits hat man in den Kämpfen ja trotzdem wenig Schnitte, wenn man nicht total betrunken ist. Hm. Na gut. Du bist gestorben. Deine Quest endet bei Ebene 3. Wie eben. 504 Punkte. Ah. Alkorosch wird als Steinmetz in der Ruhmushalle der Zwerge verewigt. Juhu. Ich habe es geschafft. Okay. Ebene 3. Steinmetz. 504 Punkte. Ich muss jetzt 750 Punkte kriegen, um als nächstes auf der Rangliste zu erscheinen. Irgendwie konnte man die doch auch abspeichern, oder? Ich meine das ging. END Wir gucken jetzt bitte 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 einfach gut, mach. Ihr seid ja wirklich, wenn du需要? Vielen Dank. Heb 아닌 兩